Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, an den Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo, und zwar ein IdeaPad 3. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer findet man bei diesem Laptop auf der Rückseite. Leider fehlt gerade bei diesem Gerät jetzt hier der zweite Aufkleber und ich kann euch das nicht zeigen. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht da rankommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass diese Schrauben hier etwas kürzer sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräte-Rückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und Hin- und Herrutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal. Das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und das mit ein bisschen Rütteln und Hin- und Herbewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man einfach nach unten hin rausziehen. Der hat auch eine kleine Ausbuchtung dafür. Allerdings finde ich es hier wirklich viel einfacher, erst den Akku komplett rauszuschrauben. Und sobald man den nämlich in der Hand hat, kann man dann wirklich sehr, sehr einfach das Kabel nach unten hin wegziehen. So, was können wir noch sehen? Wir sehen hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die würde dann über einen Adapter hier mit dem Mainboard verbunden werden, wobei man das Adapterkabel oder Set extra dazu kaufen muss. Wo man hier auch aufpassen muss, ist, wenn man das Gehäuse rausnehmen will für die 2,5 Zoll, dann muss man auf jeden Fall auch den Akku rausmachen, weil die beiden Schrauben hier halten auch das Gehäuse für die 2,5 Zoll. Neben diesen beiden Schrauben hier natürlich. So, hier sehen wir den RAM-Riegel. Direkt daneben ist der aufgelötete RAM. Da sehen wir die SSD und da haben wir eine kleine Kühlabdeckung. Das ist in dem Fall eine verkürzte, aber dazu später mehr. Hier haben wir den Lüfter und den Heatsync, der die CPU kühlt. Und wenn hier ein Grafikchip verbaut wäre, würde der auch die GPU kühlen. Und dann noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt der einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Und ja, um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen. In dem Fall jetzt die eine. Dann kann man die leicht nach oben aus dem Slot nehmen. Und dann will ich euch hier noch schnell zeigen. Hier sieht man die Abdeckung. Die ist quasi hier drauf geschraubt. Und wenn man jetzt da eine verlängerte oder eine normal große SSD reinbauen will, muss man eben diesen Abstandshalter hier hinten drauf befestigen. In beiden Fällen, egal ob lang oder kurz, schiebt man die SSD wieder in den Slot, drückt sie so ein bisschen nach unten und kann sie dann einfach wieder verschrauben. Und das kleben wir auch wieder oben drauf. Gut, erledigt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Und muss auch die Kabel, die um den Lüfter herumlaufen, aus der Führung herausfädeln. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind. Da sollte man also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen. Und dann, ja, mit ein bisschen hin und her rütteln, rauszuziehen. Sind die Schrauben dann entfernt und alle möglichen Kabel aus der Führung draußen, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge, genauso wie der Ausbau. Das Einzige, was jetzt hier passiert ist, dass eben die beiden Antennen von dem WLAN-Modul abgegangen sind. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich. Die sind nämlich relativ locker da hinten einfach drauf gesteckt. Die kann man jetzt einfach wieder mit ein bisschen Geduld da hinten draufstecken. Sind auch beschriftet hell und dunkel, also weiß und schwarz. Und ich persönlich mache es so, ich nehme mir eine Pinzette dazu, dass ich die einigermaßen gut greifen kann und drücke die dann von oben wieder auf die Steckverbindung. Und ja, das ist manchmal ein bisschen fummelig, aber zum Glück habe ich hier den Schnelldurchlauf. Ja, und wenn alle Kabel dann wieder richtig sitzen und in der Führung drin sind, kann man den verschrauben. Ganz am Ende natürlich auch super wichtig, nicht vergessen, das Lüfterkabel selber wieder mit dem Mainboard zu verbinden. So, den Akku können wir jetzt einfach wieder in das Gerät zurücklegen und in dem Fall stecke ich jetzt erst das Kabel wieder dran. Einfach, weil man da wirklich viel mehr Platz hat, um das richtig reinzudrücken. Und danach kann man den Akku auf die Gewinde drauflegen. Das ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und ja, dann wird er einfach wieder verschraubt und dann hat man das erledigt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder draufgedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte, man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.